Leute, meine Club, was ist das? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Fall Guys, aber in Fortnite. Heute mit meinem Freund André und mit meinen ganz vielen Freunden, die Community. Freunde, vergesst nicht, meinem Kanal ein Like und ein Abo da zu lassen, denn das Sommerloch tut uns ein bisschen weh. Und schaut das Video bis zum Ende. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Und ich würde mal sagen, André, bist du ready? Ich bin ready, man. Community, seid ihr ready? Okay, dann würde ich mal sagen, Freunde, wir starten jetzt die Runde neu und starten ins Game. Let's go. Okay, vorhin, es geht los. André, let's go, Digga. Und wir haben das erste Spiel. Und guck mal, wir können uns sogar Items grabben. Oh mein Gott. Man kann sich nicht blockieren, Digga. Nee, nee, nee. Okay, es geht los. Oh mein Gott. Nein, er hat das Item bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Nein, ich auch nicht. Ich habe das Item bekommen. Ciao, Jungs, macht's gut. Oh, mal zieh, zieh, zieh. Ciao, Jungs. Ey, du bist so ehrenlos. Ich bin der Erste. Oh mein Gott. Ich habe noch getrollt. Ich habe noch irgendjemanden getrollt. Jemand hat mich runtergeschmissen. Echt? Das hast du. Oh, ich schieger. Ja, ich habe noch jemanden getrollt. Oh mein Gott. Und es kommen nur 20 weiter von 16. Also kommen eigentlich alle weiter. Die erste Runde war free, würde ich mal sagen. 17 Leute sind weiter. Okay, Mann, es geht los. Oh mein Gott. Das ist diese... Bear kommt von oben. Avalanche. Ja, Mann, das verliere ich 1000%. Nein, André, wir schaffen das. Okay, wir schaffen das. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier in dem Level weiterkommen können. Oh Gott, Baumstamm. Oha, Boot kommt einfach. Die sind einfach langsamer als der Welt. Oh, nochmal langsamer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin gut, Bro. André, wir sind neben dir. Ich bin neben dir. Wir oder er? Oder du? Oder alle? Du und ich. Pass auf, Kugel des Lebens. Oh mein Gott. Junge. Okay, ich habe den besten Spot. Ich sage dir, ich habe den besten Spot. Hier ist Meta. André, zieh. Junge, sag nichts Falsches. Zieh und dein Leben. Oh mein Gott. Weißt du, man kriegt Karma, wenn man sagt, ich habe das Bett drin. Ball kommt. Jetzt wird es schwierig. Nein, ey, ich wurde richtig gekickt, Bro. Alle wurden gekickt. Alle, alle. Nein, 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 nein. Auto da. Okay, Auto, bleib da einfach stecken. Nein, ich wurde schon wieder gekickt. Junge, wie soll man so schnell reagieren? Hölzer kommen direkt, Digger. Oh mein Gott. André, zieh, schaffst du es? Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Junge, meine Reaktion wie ein Tiger. Wie ein Tiger oder ein... Eine Maus. Eine Maus. Oh mein Gott, ich habe es. Ich habe es geschafft. Ich habe es, Baby. Let's go. Let's go, Freunde. Und es kommen nur 15 weiter. Also fliegt einer raus bei diesem Level, Freunde. Ich bin echt mal gespannt. Oh mein Gott, Freunde. Aber wir sind weiter. André, wo bist du? Where are you being? Ich bin hier. Er hat ein Schwert. Guck mal. Oh, was ein Widerskin. Oh mein Gott, Freunde. Den sollen sie mal reinbringen. Den sollen sie echt mal reinbringen. Und hier ist das. Okay, Freunde, es geht weiter. Oh, warte. Was ist das? Hä? Was ist das? Ist das Honeycomb? Oder was ist das? Nein. Nein, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach den Leuten hinterher. Zeig, irgendwas zu machen. Warte, 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 warte. Was? Was, André? Ich gehe einfach weiter. Ich habe Angst. Hä? Man muss einfach durchlaufen oder so. Ich glaube, das ist verbuggt, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht kommt eine Farbe und dann müssen wir da stehen bleiben oder so. Aber, ich sage dir ehrlich, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, einer ist vor dem Ende. Ich bin tot. Der einfach runtergefallen. Nein. Junge, weil ich dachte, ich muss Brain benutzen bei diesem Spiel, Digga. Oh mein Gott, es geht weiter mit acht Leuten. Nur noch vorhin. Die Hälfte ist gefühlt rausgeflogen. Und, oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Geh, du zu, oder, Mann? Okay, okay, okay. Was ist das? Tusch. Junge, wie soll man das denn schaffen? Man stirbt, wenn man runterfällt. Vorsicht. Okay, okay. Oh, man fährt. Okay, okay, okay. Oha. Oh mein Gott, dich berühren. Du darfst nicht so runtergedrückt werden, glaube ich. Oh mein Gott. Jetzt. Zieh, Junge, zieh. Oh mein Gott. Freunde. You got it, you got it. Wir müssen ziehen. No panic, man. No panic. No, 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 no panic. Hoch. Nein, ich hab... Oh mein Gott, das ist übelst schwer. Man hätte einfach hier an den Rand gehen können. Freunde, wir sind leider rausgefallen. Flieg. Voll. Siehst. Aber wir gucken weiter, Freunde. Und zwar leben... Es leben nur noch vier Leute, ne? Ja. Oh mein Gott. Und? Wir müssen da hoch. Oh mein Gott, was ein krasses Level. So ein Disco-Level, Freunde. Wie wir geil aus. Oh mein Gott, nein. Oha, alle gestürbt. Nee. Einer noch. Es hat jemand gewonnen. Es sind alle gestorben, oder? Föby hat gewonnen. Oh mein Gott, meine Daunte. Ich muss aber sagen, wir waren natürlich... Nee, nächste Runde, Freunde. Und let's go. Diesmal werden wir aber bis zum Finale kommen. Ich sag's euch. Eins gegen eins. Mann gegen Mann. Finale. Are you ready for the round number one or two? Ich bin the round. The grand. Wir werden alles weghopsen. Ich sag's dir. Ich werde jetzt so schnell laufen, wie wenn es Essen gibt. Nein. Die Ekligen. Ich hab das Item wieder nicht bekommen. GG. Die Ekligen. Ich bin stark. Mach deinen noch. Ich bin hartstuck. Ich seh nichts mehr. Ich seh nix. Ich spring einfach nur die ganze Zeit. Ich auch, die ganze Zeit. Oh mein Gott. Kann eh keiner hier rausfliegen. Ich bin im Finale. Ich komm ins Finale. Nein. Impuls. Bitte lass mir die übrig. Nein, sie haben sie geklaut. Ekligen. Aber? Ich seh nix. Schön. I don't see anyone. Schönes Ding. Hier kommt eigentlich jeder weiter. Ich hab geschafft. Wer es hier nicht schafft. Ich bin runtergefallen. Echt jetzt? Ich bin im Rauch. Achso. Ich dachte, du bist kublet. See you. Ich hab's geschafft. Bin drin. Ich hatte Eis. Ich hatte Popel. Weitere und her. Ich hab so Bock in das Auto einzusteigen. Ich hab so Bock in das Auto einzusteigen. Komm, oder? Wir gehen zusammen. Ja. Es fährt nicht. Es fährt nicht. Es ist nicht gefährd. Nein. Oh mein Gott. Auto hat mich gehettet. Das Ding ist, hier fliegt einer nur raus, Andre. Öff doch nicht. Wie, du bist tot. Ich bin der Letzte. Nein. Andre, nein. Ey, jemand muss kassieren gegen Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab kassiert. Oh mein Ehre. Junge, ich hab Kiewitz kassiert. Zwei Leute müssen bitte reinkacken. Tschüss. Tschüss. Pass auf einmal. Oh mein Gott, Freunde. Tschüss. Wer macht die Ehre? Irgendjemand ist in den Borders. Nein. Doch. Oh mein Gott. Ich hab vom Ball kassiert. Oh mein Gott. Ich bin eine andere Fortnite-Map geworden. Ich bin tot. Nein. Schon wieder, Andre, du bist so kacke. Junge, Ball hat mich getroffen. Ich bin gestürzt. Oh mein Gott. Freunde, werde ich es schaffen. Oh mein Gott. Der Baller einfach gekonnt. Ignoriert, Digga. Ich sag dir. Mein Buddy ist zu stark. Und heiß. Oh mein Gott. Neun Leute sind schon durch. Oder mein Pikwe. Oh mein Gott. Ich bin um. Zehn. Komm, geh rein. Geh rein. Hä? Geh rein, Haki. Geh rein. Geh rein. Oh mein Gott. Da steigt das Wasser. Und tschüss. Sui. Okay, vorhin der Andre hat es leider nicht geschafft. Aber Andre, weißt du, warum du gestorben bist? Ja. Da steigt Wasser, Bruder. Ach so. Ich bin bis zur Lobby wieder geflogen, Digga. Ich bin so reingeglitscht irgendwie und einfach weggeflogen bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Und noch viel weiter. Okay, das wildeste Spiel. Let's go. Oh, wir müssen seitlich gucken, Freunde, weil dann. Easy. Mein Gott, das ist so ein krasses Game, Digga. Guck nicht zu viel seitlich. Ja, guck ich nicht. Sag dir so. Ich sag dir so, wie ist das? Ey, Haki, geh weg von mir, Digga. Ich sag's dir. Boot kommt, boot kommt. Zieh durch. Nein, ich hab schon wieder verkackt, Mann. Oh, du, Mann. Bro, es ist so schwer, Freunde. Okay, Freunde, und zwar spielen wir jetzt auf einer neuen Map mit neuen Maps. Hat das gefasst? Ich glaub, schaut, Freunde. Und die Runde geht in vier Sekunden los. Und ich bin mal gespannt, ob wir diesmal bis zum Finale kommen. André, was denkst du? Ich sage ja. Und sage nein zu. Was sagen die immer? Kennst du diese, die so X mit ihren Händen machen? Ich sage nein zu. Ja, 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 kenn ich. Aber ich weiß nicht, was die nein sagen. André, das ist unser Game. Okay? Die sagen nein zu Außenbereiche. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Digga. Alles gut, Digga. Oh mein Gott. Juma? Ich bin letzter. Erst, er leckt. Er hackt und leckt. Ich bin durch, ich bin durch. Ich habe die Tür gefunden. Oh mein Gott, ich habe auch die Tür gefunden. Ganz links, Oma, ganz links. Ich habe es. Oh mein Gott, ich bin so durch. Jetzt bitte, 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 bitte. Glaub mir, vertrau mir. Oh! Und jetzt rechts, 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 rechts. Einfach rein logisch, psychologisch beachtet. Oh! Oh mein Gott, ich bin der links. Was nehmen wir, was nehmen wir? Katze, 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 Katze. Scheiße, links, Meter. Ah, beides verkackt. Oh mein Gott. Ich habe die anderen auch manipuliert. Alle manipuliert. Ohne man sagt Stopp. Er ist wirklich bar stehen geblieben. Oh mein Gott. Okay, Freunde, let's go. Wir haben die erste Runde geschafft. Und es sind weiter. Remaining Place. Oh, ich bin im fünfter Platz. Meine Damen und Herren, es geht los in... Was ist das? Ist das das Race? Ja, das ist dieses Bounce. Oh mein Gott. Okay, Freunde, es geht los in 3, 2, 1, go. Oh, Zuuu. Kann man hier bouncen? Ne, das bouncet nicht. Hier durch. Hier ist falsch. Nein. Zui. Zui. Freunde. Wir sind erster. Nein. Letzter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen durchziehen. Wir müssen durchziehen. Wir müssen durchziehen. Freunde, wie ein Fall, guys. Oh mein Gott. Wir haben Pommesfett. Nein. Nein, ich bin raus. Der Wind hat mich gewindet. Nee, du bist raus. Der Wind hat mich gebouncet. Oh mein Gott. Übelwind. Übelwind. Oh mein Gott. Ich believe in you, okay? I'm believing you too. I leave you, I leave you too. Ich bin dick weit hinten, ich bin dick und weit, oh mein Gott, ich wurde runter gehen, ich wurde geschubst, oh mein Gott. Tu es Junge, tu es, ich vertrau in dir. Und man sagt, bleibt stehen. Ja, ich bin stehen geblieben. Und man sagt, wer jetzt nicht stehen bleibt, kriegt einen Bann. Ich bin der Erste, oder doch nicht. Nein, Junge, ich wurde überholt, ich wurde totesüberholt. Bist du letzter? Ich glaube. Man muss noch eine Runde machen. Das gibt zwei Runden, oh mein Gott, okay, ich hab noch eine Chance, Freunde. Ich sag dir, Odemann, merk dir rechts zuerst, dann Mitte, und dann wieder Mitte. Rechts zuerst, und dann links. Mitte, dann Mitte, das war falsch, dann noch Mitte, und dann rechts zuerst. Junge, du hast mich komplett verwirrt, André, bitte. Hast du geschafft? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab ein paar überholt. Ich bin bei der großen Masse, Digga, ich sag dir ehrlich. Oh mein Gott. Odemann sagt, Bolo, bleib stehen. Odemann sagt, Eisgrim, bleib stehen. Okay, Odemann sagt, Bolo, du darfst weiterlaufen. Das ist echt stehen geblieben, der Ehrenmann. Odemann sagt, Eisgrim, bleib stehen, sofort. Sonst bann. Eisgrim, ich seh, wie du läufst, du kleine 31er. Sag's nicht, ich hab Cheatmodul on. Nein, bitte, dieses Blasen, so unnötig. Das hat mich wieder, ich bin letzter. Ich hab geboren. Nein, bitte, Jungs. Bitte, ich bin noch zu bleiben. Lass mal ohne mal weiter, lass mal ohne mal weiter. Bitte, bitte, bleib stehen, bitte. Ja, ich bin drin. Finale, wow. Okay, ich glaub, alle kommen weiter an. Ich glaub, der Map-Bauer dachte sich so... So lass. Ich glaub, es gibt echt keinen Gewinner. Ich glaub, echt nicht, jeder darf mitspielen. Egal, Freunde, wir machen die nächste Runde. Jetzt haben wir das gleiche Spiel, aber ein Gut. Okay, was ist das für ein Spiel? Du musst einfach auf die Plattform und wenn du Glück hast, gehen die nicht kaputt. Ah, okay. Zui. Oh mein Gott. Trotz, ich bin raus. Ich bin in der Mitte reingefallen. Ich bin raus, weil ich den ersten Block gemacht hab. Man fliegt wirklich raus. Nein, wenn man runterfliegt, spawnt man wieder. Nein, dann... Doch, ich auch. Warum bin ich dann raus? Ja, weil du davor verkackt hast. Du hast dich davor verkackt. Du hast verkackt. Wo bist du denn? Du bist anonym? Zwei, fünf, sechs Wochen bist du anonym? Nein, bist du nicht. Du hast, äh... Ich bin Lara Schwanz. Ja, es gibt aber, glaub ich, zwei Lara Schwanz. Du bist mit Blume, oder nicht? Ich glaub, das ist André hier. Oh mein Gott. Äh, ich hab keine Blume mehr. Bist du wieder am Anfang, André? Ja. Oh mein Gott. Aber ich hab keine Blume mehr bei mir. Die ist weg. Ich weiß, die ist weg. Oh mein Gott, das war grad close, ne? Nein. Wer traut sich meine Daumen hat? Ich denk an André. André würde es schaffen, meine Daumen hat. Wir sind wieder Moderator. Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Oh mein Gott, André, André, André! Ich hab das. Sag ich. Okay. Boggy Base? Nein, nein, das ist falsch, glaub ich, André. Ich hab Angst. Oder man sagt, Ice Creep, geh vor. Und man sagt, André, bleib da! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer will das hier holen? Wer wird das hier holen? Ich hab ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich sag euch ehrlich, Freunde. André, nimm das Ding jetzt mit nach Hause. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, André, André, oh mein Gott. Oh mein Gott. Weil es alles Jussies sind, Digga. Keiner traut sich was, Mann. Wie willst die Jussies, Digga, wo man sagt, springen alle rum. Ich hab das auch noch. Das sind alle weiter, André, du hast nur noch 23 Sekunden. Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott, das war's. Ah, André hat einfach all die Viert. Einfach Rage-Squid. Ich hab mir irgendwas kaputt gemacht, ich weiß nicht was. Ein Bildschirm geht nicht mehr, das ist schwarz. Oh shit. Freunde, das war, glaub ich, der leiseste Rage mit dem Scam. Aber, ich würd mal sagen, mit David, weil wir jetzt beide rausgekommen sind. Wir enden einfach jetzt das Video. Weil, abonniert meinen Kanal. Checkt andere ab. Peace. Ciao.